Hi und herzlich willkommen zu unserem DropFilm Talk, unser heutigen Review von The King of Staten Island. Das Ding ist auf den ersten Blick ein bisschen problematisch vielleicht, beziehungsweise wirkt sehr normal. Es ist ein Judd Apatow Production, die Pete Davidson in der Hauptrolle hat und der erzählt auch semi-biografisch von Dingen in diesem Film, die ihn sehr gut betreffen. Deswegen trifft er auch wirklich sehr gut auf diese Rolle zu. Das Ganze ist über zwei Stunden lang, was natürlich schon sehr anstrengend sein kann bei dem einen oder anderen Film. Und bei einem Film jetzt auch noch, der ein ähnliches Verhalten zeigt, was Judd Apatow immer in seinem Film zeigt. Zum Beispiel diese stehen gebliebene Entwicklung von, sage ich mal, jetzt Mitte Zwanzigern, die aber auf dem Stand oder beziehungsweise den Reifegrad eines vielleicht 15-Jährigen innehalten. Und das könnte halt natürlich, wie gesagt, auf den ersten Blick sehr langweilig wirken, weil wir das schon mehrfach in dieser Form gesehen haben. Aber das trifft hier in dem Fall nicht zu. Deswegen sollte man sich definitiv nicht von diesem Film blenden lassen und das wirklich auf sich wirken lassen. Und ich muss sagen, von vorneweg schon, Judd Apatow liefert hier sein bestes Werk bisher ab, also was seine Reife angeht, beziehungsweise auch was sein filmisches Talent angeht, weil sonst ist er eigentlich eher dafür bekannt, wie so jetzt zum Beispiel Trainwreck hat er ja gemacht, Bridesmaid, ich meine nicht, das war Paul Feig, aber noch was anderes Gutes hat er gemacht. Und da zeigt er ja oftmals viele, viele Witze und viele, viele Lacher, die wirklich darauf abzielen, halt Joke after Joke after Joke after Joke zu bringen. Aber das hier ist ein bisschen anders. Hier ist es mehr, wenn man sich darauf einlässt, eine Art Drama, die an einigen Stellen halt gute Witze drin hat und die auch wirklich scharf und dunkel geschrieben sind. Das ist auf jeden Fall dieses Drama oder beziehungsweise die Perspektive von Scott Davidsons Charakter, der auch Scott heißt in diesem Fall, unterstützt. Der Film dreht sich, wie gesagt, um Scott, der 24 Jahre alt ist und immer noch zu Hause bei seiner Mutter Margie lebt, die von Marissa Tomei gespielt wird und beide sind in einer Art oder in ihrer Entwicklung stehen geblieben, weil sie, weil Scott seinen Vater verloren hat und Marissa Tomeis Charakter Margie ihren Mann. Weil der halt durch 9-11 ums Leben gekommen ist, als er da als Feuerwehrmann versucht hat, Leben zu retten. Dann kommt es natürlich dazu, dass Margie irgendwann Ray kennenlernt, der auch ein Feuerwehrmann ist und das ist natürlich für Scott ein rotes Tuch, weil da sind viele, viele Dinge, die in ihm tief drin stecken, was in Richtung Depression geht, was in Richtung Verarbeitung des Todes des Vaters geht und das ist sehr interessant und das zeigt der Film wirklich sehr gut, diese Aspekte und deswegen habe ich mich auch sehr, sehr gut unterhalten gefühlt, weil er doch wirklich dieser Film eine gute Geschichte erzählt und eine Geschichte erzählt, die in der Betrachtung drauf drängt, sich mit Problemen oder beziehungsweise, sage ich mal, solchen Themen auseinanderzusetzen und nicht einfach nur in den Mittelpunkt stellt, hier, du musst jetzt ein schickes Hemd anziehen und du findest hier jetzt einen Job und dann findest du die richtige Frau und dann ist dein Leben in Ordnung. Nein, es ist ein tiefergründiges Problem und das finde ich wirklich sehr gut aufgearbeitet in diesem Jod-Apato-Film. Scott Davidson hat ja schon in mehreren Rollen, Entschuldigung, Pete Davidson, nicht Scott Davidson, Pete Davidson hat natürlich schon in mehreren Rollen mitgespielt, die auch in ähnliche Richtungen gehen, wie zum Beispiel bei Big Time Adolescence und er ist ja auch durch SNL, also Saturday Night Live bekannt und macht da wirklich, wirklich gute Sachen und um nochmal auf meine Aussage von vorhin zurückzukommen, und man fragt sich natürlich, ja, ist es denn lustig? Aber das Ganze geht halt nicht um, wie gesagt, wie lustig er ist oder wie lustig die Witze sind, sondern eher geht es darum, wie effektiv er ist und das macht er wirklich sehr gut und das kann man sagen, der Film ist effektiv. Man fühlt mit seinem Charakter, der ein charmanter Drecksack ist, sage ich mal, und das ist wirklich gut gewählt hier und Pete Davidson macht da wirklich eine gute Figur und passt direkt auf diesen Charakter und ich weiß nicht, ob es alleine daran liegt, dass natürlich semi-orthografische Sachen drin vorkommen, aber nichtsdestotrotz macht es keinen großen Unterschied, weil das Ganze, wie Judd Apatow das umfasst, funktioniert wirklich da sehr gut und ich habe mich wirklich, wie gesagt, unterhalten gefühlt und es kam auch keine Langeweile während des Films auf, also auch trotz der leichten Überlänge, sage ich mal, ist das wirklich sehr gut gelungen. Was auch weiterhin gut ist, ist, dass Apatow und der Cinematograph Robert Ellsworth diesen Film wirklich auch sehr schön geschossen haben, als wahrscheinlich mit Handheld-Kameras gemacht wurde und dann wurde nochmal eine schöne Farbpalette angelegt, die ein bisschen mehr ruhiger ist oder beziehungsweise gesättigter, im Sinne von gesättigtes Bild wirkt, aber gesetzt, das ist das Wort, weil es so gesetzt wirkt und das macht das wirklich sehr interessant und legt wirklich das Auge mehr auf die Charaktere, die vorkommen, als das in eine gewisse, auf die Witzigkeit abrutschen zu lassen alleine beziehungsweise das Bild auf irgendwas anderes ablenken zu lassen. Es gibt natürlich auch noch ein paar Stellen im Film als Kritikpunkte, wo man sagen kann, dass der Film ein bisschen abdriftet und das findet oftmals im Zusammenhang mit dem Supporting Cast statt, weil da haben wir einerseits Davidson, der die ganze Zeit wirklich sehr, sehr gut Schauspieler hat und das wirklich, wie gesagt, passt auf diese Rolle und dann haben wir eine große, große Anzahl an Supporting Characters und die werden schön angespielt und machen auch Lust auf mehr, aber es passiert irgendwie nicht so, also man kriegt nicht mehr heraus, also es gibt keine wirkliche Entwicklung für die Charaktere und das ist zum Beispiel bei Claire der Fall, dass die Schwester von Davidsons Charakter, die wird von Maud Apatow gespielt und die hat zwar was zu sagen, aber auch nicht so tiefgründig, wie man sich das wünschen würde. Weiterhin sind dann da die Freunde von Scott, die auch so ein bisschen Stoner-mäßig sind und ein bisschen Kleinkriminelle könnte man sagen und das ist wirklich, da gibt es auch wirklich interessante Sachen, die auch nicht wirklich tiefgründiger gehen. Aber was mir, oder welcher Nebencharakter mir am besten gefallen hat, ist seine Freundin Kelsey. Ich weiß gar nicht, von wem sie nochmal gespielt wird, aber auf jeden Fall, die Freundin war wirklich sehr, sehr gut und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, ihr zuzusehen und ich hätte viel mehr gerne über diese Beziehung zueinander erfahren und ich fand auch ihre Ziele, die sie hatte, waren wirklich sehr cool und irgendwie anders. Das hat mir wirklich zugesagt und insgesamt hat er für mich auch sehr gut unterhalten, deswegen würde ich dem Ganzen auch sieben von zehn Punkten geben, trotz der kleinen Issues, die er hat und es ist anders als Apatows vorige Werke und man merkt wirklich, dass er sich weiterentwickelt hat, genauso wie sein Charakter in diesem Film. Deswegen hoffe ich, ihr kommt auch bald dazu, das Ganze zu gucken. Es kommt Ende Juli raus, Video on Demand, das ist in den USA schon seit 12. Juli zu sehen und ich glaube Ende Juli ist es dann auch hier als Video on Demand beziehungsweise in wahrscheinlich Selective Theatres zu sehen. Und ja, ich bin gespannt auf eure Meinung und Aussagen zu diesem Film. Lasst es mich wissen in den Kommentaren und wir hören uns beim nächsten Mal. Hi und willkommen, this is the English version of the King of Staten Island Review. I put it at the end of the German Review, so you will have to go through that oder just skip to the good part for you in English. This story is a great coming-of-age story, which has a certain aspect of the movie landscape that we have seen before, especially in Judd Apatow movies, who doesn't shy away from an over two-hour long story that he wants to tell. And he has done Arrested Development stories before where a person is in his 20s and he basically spends all day getting high and hanging out with friends and doing other stuff in this kind of sort of way. Pete Davidson is also the co-writer and the star of this story and he brings a certain semi-autobiographical point of view to it. And we see his character living with his mom, Margie, which is played by Mr. Tomei. And they are still living at home and they're both in kind of a state of Arrested Development, as I mentioned before, because of the death of Scott's firefighter father when he was like younger, like seven, and I think he died in 9-11 in this kind of regard. And the problems start to flare up or become more relevant in terms when Margie meets Ray, who's played by Bill Burr, who's actually pretty, pretty funny. I really enjoy Bill Burr here. And he's also a firefighter and there are tons of red flags for Scott, Pete Davidson's character. And who's really rejecting this kind of new father figure. And both Ray and Margie, they kind of start pushing him out and he doesn't know what to do. He has like weird plans. He wants to open up a tattoo restaurant where you can basically eat and get a tattoo or like watch somebody else getting a tattoo. And yeah, he is, as I said, in this state of immaturity and this shows through the whole story perfectly. But he's also growing in this story. And the same goes for the director, Judd Apatow, who made kind of more on the funny side stories that are like one-liners and you have to laugh a lot and it's not that much about the story. It's more about the jokes. And in this case, it is a little different. And he focuses more on Davidson's character and probably also because Davidson wrote this and it has some kind of meaning for him to at least a certain amount. And that helps Judd Apatow to grow and it helps also, I think, Pete Davidson to grow probably. And the story is filmed in a good way in terms of that it's like Robert Ellsworth, who was a cinematographer, he and Judd Apatow, they both filmed it in a kind of handheld way and they had used a muted color palette. and that also helps to support this kind of comedy because you would think it's a comedy because of Judd Apatow and Pete Davidson, but it's more of an indie drama kind of thing. And that's a good way to describe it. And this helps to support this kind of choice they made for filming this. And yeah, since Pete Davidson is an SNL cast member and a stand-up comic for a living and you ask, is he funny? And I think that's the wrong question here because you have to look at it in a different way because the movie, as I just said, is not focused on being a funny story, just particular. It's more about being a drama which has like funny moments in it. And that works very well and Pete Davidson brings his comedic timing and his witty jokes he lands in this film to perfection. I think he did a really, really good job when it comes to all that. So basically we have a good story, good bones, and it is told in a way that we can all relate to it. So we can also see that that the story moves on forward and moves both characters, the main character forward and also the other characters, the side characters in there. But the problem with the side characters is that Apatow doesn't kind of, it's kind of slipping away from him when we see those characters. But I enjoy the side characters they use. For example, Claire, which is Pete Davidson's sister, Ahmaud Apatow. And she has some certain moments that are really interesting, but they're never really explored further. And I think that's the problem with a lot of side characters. because we also have the friends who he like hangs out with, smokes weed and stuff and like gets tattooed, like they let him tattoo on him because he wants to be a tattoo artist. And that is really, they're interesting in some kind of way and they have some storyline, which is kind of important, but they never get deep enough that you actually get hooked on them. and I think that's a problem because sometimes Judd Apatow wants to go that far, but he can't like get that far or he doesn't want to get that far. And there's also one of the, as I said, there's one of the critique points for me in that movie, but I think this whole film is more about coping with a painful past and understanding the problems or the idolization of a father figure in terms of what is reality. and I think still in the end, it's a very good Arrested Development story, but it helps also to grow both person or like the director in this case and Pete Davidson reality for future films. So I'm excited what's going to be next and I see that Pete Davidson is able to not just be a funny guy, he also can do some more on the drama side. So this movie came out in the States on June 12th in Europe. I think it's July, the release date. So stay tuned, check that out. It's really worth it to watch that film. I give that film seven of 10 points and I wonder what you guys think. So let me know in the comments about your review or your critique points or if you really loved it, 10 of 10. Bye guys. Bye.